So, wir gehen da raus. Georgie, Paul! Georgie, nee. Ach komm, was da rauskommt. Wasserstadt? Ja, man. Ja, Wasserstadt ist cool, das ist auch mein Lieblingsspot. Alter, da fliegen doch alle. Da werden auf jeden Fall jetzt alle hinfliegen, ja. Ihr seid doch durch im Leben. Ach komm, raus da. Hopp. Unter mir sehe ich aber niemanden. Nee, hier ist ein anderes Team, aber nicht mal in der Wasserstadt. Okay, dann sind sie abgedreht. Der flog die ganze Zeit unter mir. Hier ist doch einer, klar. Nein, verdammte Scheiße. Ich hänge am Haus fest, wie geil. Oh Mann, Frank, was kannst du eigentlich? Geht ja gut los. Erstmal ne Sanitätstasche gefunden, das ist das allerwichtigste. Eigentlich nicht. Tja. Ich meinte eigentlich das Haus rechts daneben. Nee, der ist hier reingerannt, der ist hier rein. Ah, Bastard. Euter Mann, wann gibt's endlich Klettern in diesem Spiel? Ich hör noch einen bei mir. Der muss oben sein. Der muss oben sein. Wo ist der Bastard? Ah, da ist er hinter der Tür, denkt er ist sneaky. Passt auf, passt auf nicht, dass hinter euch einer gleich kommt. Ja, mach ihn tot. Gut, hier war keiner weiter. Ja. Ja, im Haus ist er. Wie ich seinen Schatten gesehen hab. Also es ist schon gut, manchmal die Grafiksettings doch höher zu haben. Ich hab grad einen mit der VSS ausgenockt. Ausgenockt? Okay. Hast du auch noch einen? Ich hab grad eine VSS gefunden. Okay, vielleicht gibt's hier aber noch irgendwo einen. Ja, der ist ausgenockt. Nee, 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 nee. Ich hab ja den einen getötet, ja? Also hat der noch einen Buddy. Ja, das mein ich doch. Das ist doch der, den ich grad erwischt hab. Nee, ich hab ihn ja schon getötet. Danach hast du den ausgenockt. Das heißt, er hat auch noch mal einen Buddy. Dir ist schon klar, dass wir Squad spielen. Das könnte zu viert sein, oder? Ja, ja. Oh ja, stimmt. Ich war grad nur noch bei Duo. Sorry. Ich hab halt keine anderen runterkommen sehen, deshalb. Ja. Das ist meine Wurst, ey. Ja, Entschuldigung. War grad irgendwie... Also wenn jemand einen Rucksack hat, sag mal bitte Bescheid. Ja, ich rush den Typen jetzt. Für den Fall, dass da noch ein Mate ist. Oh, da wollen wir jetzt mal... Wo, 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 wo? Ja, ich hab ihn ausgenockt. Er ist unter Wasser. Alles gut. Okay, gut. Okay. Wer schießt da? Du schießt da, ne? Das bin ich, ja. Ja, du kannst den ja unter Wasser nicht... Kann man gar nicht hitten? Nicht beschießen. Nee, du kannst nur melee unter Wasser. Ah, ja, okay. Aber auch nicht mit den Fäusten natürlich. Ich geh hole noch mal. Habt ihr irgendwo Rucksäcke gesehen? Negativ. Nein. Nur einen. Also denk dran, es gibt noch einen hier. Ja. Haben wir hier schon drei Dudes weggesnackt? Nein. Also doch, ja. Es könnte... Moment, du hast ihn ausgenommen, das heißt, es ist noch einer. Ja. Ja, genau. Er ist ausgenockt. Vielleicht kommt da jemand und save den jetzt. Das war ja die... Ich denke nicht, dass... Du hast da halt um den Highground. Kannst da mal ein Auge drauf behalten. Ich glaub nicht, dass den irgendeiner hat. In den Häusern. Aber die haben sich alle nicht gewehrt, ey. Fand ich auch schon... Ja, nicht so richtig. Nee, gar nicht. Der eine hat sich durch den Schatten verraten, weil er rumgezappelt hat. Naja, der eine, den ich erschossen hab, der wollte euch von hinten erschießen. Aber ich war halt schneller. So. Okay. Ich hab endlich... Ja, aber der war ja wahrscheinlich nicht mal im Haus. Ohne M16. Sehr gut. Sollte beim Haus. Hättet ihr euch vom Haus erwischen können. Vor dem Haus. Im Haus. Der war doch nicht im Haus. Das hättet ihr mitbekommen. Er. Ne, an einem anderen hinter euch. Achso. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. So, ich hab jetzt einen Um- und M16. VSS und A, KM. Okay, da hin. Ist direkt. Easy zwei Kills. Ja, aber warte. Wie gesagt, solange hier noch ein Dude rumläuft, ist hier noch nix safe. Hab ich immer noch keine Angst vor. Wenn der genauso ist wie seine Dudes, wie seine Kollegen, dann äh... Leben am Limit. Habt ihr die schon gelootet? Nein, offensichtlich nicht, wenn sie gerade erst verweckt sind. Äh, den Typen drüben im Haus hast du nicht gelootet? Doch, doch. Ich hab mal einen gelootet. Oh, ja doch, doch. Den hab ich gelootet. Okay, gut. Der hat aber nicht viel dabei gehabt. Der hat einen Rucksack gehabt. Und... Es wundert sich, dass sie sich nicht wehren, weißt du? Äh, ne, der hatte schon Waffen, aber... Ach, wie wir schön in der Zone sind. Das heißt Lootgasm for the win. Aber hallo. Ja, hier sieht's nicht aus. Die ist leider nicht so ergiebig, aber hier liegt immer gutes Zeug eigentlich. Eigentlich schon. Vor allem, wie gesagt, ich hab jetzt... Ich mag jetzt auch total gerne. Ich auch. Ist mein absoluter Standardspot geworden. So, ich hab jetzt drei Sunny-Koffer... Ne, drei Erste-Hilfe-Koffer und eine Sunny-Tasche schonmal. Ich hab dann eben ausgenommen. Ich hab hier vorne... Oder hier irgendwo in der Kiste liegen. Ich geh mal hoch in die Häuser. Die nicht im Wasser sind. Naja, hier liegt's ja gut. Yeah, der hat ja gar nichts. Yeah. Der M4 hat da... Nehme schon mit. In case. Wow. Sehr underwhelming. So weit, so gut, wa? Braucht irgendeiner von euch 7, 6, 2? Ja, 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 ja. Euch leider selber. Gut. Ne, ich sag ja. Nehme ich mal mit. Ich hab noch ein Schallye für die MP. Ach ne, den brauch ich selber für die Ump. Nein, die braucht ein Bier statt Apfelwein, dann läuft's. Hä? Wieso? Das läuft doch. Äh... Bis zwar runter vielleicht, aber... Ey, es ist alles gut. Ist mir alles gut. Rucksack, Frank. Ne, ich hab ein 1er. Hast du ein 2er? Ja, ne, hier liegt auch noch ein 1er. Okay. Ne, 1er hab ich inzwischen. Alles gut, alles gut. Ein Squad passt komplett geleert. Unten gegen der. Hier ist noch eine Weste. Rotpunkt. Und noch mehr 7,62er. Ich nehm mal alles mit. Mach das mal. Hier liegt ne Ump. Ja, wir machen da gleich einen Haufen. Hier liegt noch ne Weste. Mal gucken wir mal, was geht, wa? Banani schlafverpeilt. Oh, Grevensteine. Das war ja geil. Hab ich lange nicht mehr gehabt. Ich bin manchmal schlafverpeilt. Ja, ich hab auch noch nicht geschlafen heute. Alter, dass hier auf dem Dach gar nichts liegt, hab ich auch noch nicht. Banani hat heute noch nicht geschlafen. Ja, also ich hab quasi... Also heute, heute hab ich auch noch nicht geschlafen. Was ich meine ist, ich hab quasi durchgemacht. Warum? Ja, weil ich so ein bisschen so klein, klein wenig, äh, ein bisschen verkackten Schlafrhythmus hatte. Ähm, wart ihr das? Nope. Dann hat auf mich einer geschossen. Was? Ja. Das ist wahrscheinlich der letzte Dude von denen. Was will der denn von dir? Ich war kurz auf dem Dach, da hat er mich wahrscheinlich... Der soll mal abhauen. Also ich war dort nicht. Ja, ich auch nicht. Es läuft von uns so, wenn wir Leute töten und selber noch leben. Dann läuft's. Also so wie gerade, es läuft. Dann haben wir das alles richtig gemacht, ja. Ich find's auch gut, wenn der Banani sich ein Bier aufmacht. Dahinten ist ein Boot. Nicht, dass wir es bräuchten, aber das ist ein Boot. Nice. So schön. Der Banani studiert nicht. So, ich hab hier ein taktisches Lager für eine, äh, Vector M4 16. Falls wir brauchen. Vector. Die ist schon nice mit alten Attachments, ja. Ja, genau. Aber du brauchst mindestens ein Extended M4. Oh, lol, Leute. Guck mal, was das für ein krasser Bug ist eigentlich. Wenn da jetzt einer reinkommt, seh ich den. Aber never ever, aber never ever, sieht er mich sofort unter diesem Ding hier. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Alter, mein Aim. Da, da, andere Richtung. Puh, Alter. Schön eine Lütige. Ich hab doch gesagt, hier ist noch einer. Ja, 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 ja. Meine Fresse. Hat der irgendwas Anständiges dabei? Okay, wir können gleich mal, äh, Bluthaufen machen. Der war auch direkt tot, also das war der letzte. Ja, das war der letzte, ich sag ja, das war der Typ. La, 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 la. Ja, aber Scopes ist halt immer so ne Sache, ne? Ja, komm, hier Frank, dann nimm den Zweier und dann ist Ruhe. Du bist auch noch mit der VSS dran. Ja, ich bin dann nur, ja, deswegen, mein Gott, scheiß drauf, soll Frank den Zweier nehmen und Judas. Du machst das wirklich mit der VSS? Ich hab damit schon zwei getötet. Ja, auf kurze Distanz. Ja, dafür ist die Waffe ja auch da. Mhm. Mit einem Vierfach-Vierfach-Scope. Brauchst du das, äh, brauchst du das Holo wieder, oder? Nein, 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 nein. Außerdem liegt da noch eins. Naja. Okay. Ähm, okay. Darüber. Wir müssen. Sollten jetzt. Also wir müssen nicht, aber wir sollten jetzt. Sollten ja. Ja, lass mal gehen. Lass mal das Boot nehmen. Nein, Alter. LOL. Doch, ich nehm jetzt das Boot. Komm, jetzt auf geht's. Ne, also damit fahr ich nicht. Sorry, Banani, aber... Warum denn nicht? Alter, wo... Weil ich dann mit wehenden, fahrenden sag, hier, töte mich. Ach, ich weiß nicht. Hätte mir nicht einer sagen können, dass ich keinen Helm mehr hab? Oh. Frau Frank. Shit. Egal. Helme werden nicht überbewertet. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß. So, also ich fahr nicht mit dem Boot. Mach, was du willst, aber... Ja, ich hab's ja auch aufgegeben. Ist ja gut, weil du rumholst. Ey, er ist einfach doof. Sieht uns jeder da reinkommen. Ach, und für die Umb hab ich jetzt schön Schalli, ey. Ach. Was eigentlich nix bringt. Schüsse aus SW ungefähr. Ah ja, hinten bei SW ist ne Loot-Dings. Oh, der hat sich geportet. Der hat sich geportet, Alter. Ja. Ach. Der leck bestimmt noch. Warum verrätst du uns so, Posi? Weil ich auf die Baller. Ich hab'n paar Mal getroffen. Ist doch scheißegal. Die müssen eh gleich alle hier lang. Komm. Da vorne ist die Zone. Was machst du? Was? Was machst du? Ja, ich kann mit der VSS draufschießen, ohne dass sie wissen, wo wir sind, Mann. Ja, und? Dafür machst du ja keinen Schaden. Warum... Warum... Du bist nicht in der Zone. Warum kriegst du einen Schaden? Ich weiß nicht, warum ich Schaden krieg. Oh, weil ich keine Luft mehr hab. Oh mein Gott. Drück schnell Space. Ja, ich hatte die gerade beim Schießen verballert und hab' gar nicht nachgedacht. Ei, 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 ei. Soll das nur hinführen? Klappste. Dann schmeiß' mal lieber was ein. Dabei. Wir sind erstmal safe. Aber ihr seid noch auf der anderen Seite. Okay. Ja, ich bin gleich drin. Ich schmeiß' mir schnell ein paar Sachen rein. Äh, da laufen welche auf... äh... 255, Frank. Pass auf. Die könnten dich sehen. Kommen die über den Hügel rüber oder nicht? Die laufen da grad diesen Hügel entlang. Hä? Drei Leute. Ich weiß nicht, ob das dieselben gerade waren. Herr Frank, tauch einfach hier rüber. Ja, warum bist du denn da drüben, Mann? Ja, weil es cool war. Hier ist dann direkt der Stein. Und ich guck' mal, was die machen. Siehst du sie auch? Ich seh' sie, ich hab' sie aus den Augen verloren. Ich hab's grad nicht geguckt, aber ich werd sie schon wieder finden. Ja, okay. Wahrscheinlich sind die grad hinter Baumkronen verschwunden. Ja. Wär ich mal lieber auf der anderen Seite geblieben. Nee, nee, nee. Pass schon, pass schon, pass schon, pass schon. Die werden nix von dir wollen. Alles in Ordnung. Komm. Da bist du sicher. Schüsse aus N... Eva? Ja, ultra weit weg. Völlig uninteressant. Alter, es ist nie interessant zu sagen, wo Schüsse sind. Okay, das ist ein bisschen verdächtig. Da ist ein Haus offen. Hier sind welche zu. Ja, eins ist offen. Vielleicht sind die auch von der anderen Seite einfach geöffnet worden. Kommen aber Schüsse aus Norden, also behaltet das im Überblick. Ja, hier könnten welche sein. Wir gehen nicht in die Häuser rein, am besten. Ich bin schon drin. Hier ist ein Helm. Okay, dann nimm dir mal den Helm. Ja, dann... Ja, okay, dann waschen wir jetzt einfach die Häuser. Vielleicht ist ja jemand drin und killt uns. Aber was da ist? Dann setzt sich hier auch noch die Türen zu. Hier ist noch ein Energydrink. Die Umb am Anschlag hier. Da ist ein Wolf. Direkt vor meinem Visier. Da hat jemand einen Energydrink erbiegen lassen, das ist eher... Weird. So, Schüsse aus Norden, wie gesagt. Die Schüsse sind relativ nahe jetzt. Ja. Nordwesten ungefähr. Ich habe auch noch drei Energydrinks gefunden in dem Haus. Wow. Also wenn wer Energy zu viel hat, sagt Bescheid, ich habe keinen Booster mehr. Ich habe sechs Stück, ich kann dir welche geben. Das wäre super gut. Das ist doch gar kein Thema, wo bist du denn? Hier, hier. Guck mal hier, ich gebe dir drei Stück. Ist das gut? Nice. Ja, das ist voll okay. Brüderlich teilen. Wir müssen langsam moving. Ja. Ja. Ja, dass der Turm hier nicht in der Sauna ist. Moving, moving. Ja, raus. Ah, okay. Wir gehen da hin und campen die Brücke. Komm. Unter der Brücke, unter der Brücke lang? Ja, wahr? Ja, ich gehe unter der Brücke. Ich joiner. Wird alles überbewertet. Okay, im Turm war nichts drin. Oh, shit. Oh, shit. Ich versuche, ich mache es echt noch mal eine Neuausbildung, krass. Das ist ein Boot. So gehen wir gleich rüber oder bleiben wir? Oh, ich sehe jemanden auf 210. 210, okay. Das ist alleine, das wundert mich ein bisschen. Oh, du bist doch hin. Du bist übrigens nicht Voll-HP, das war? Ja, ja. Ich weiß ja ein klein wenig falsch schauen. Das ist... Oh, 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 oh. Ja. Von wo der Typ auf 210? Ja, irgendwo auf dem Hügel, ja. Wahrscheinlich der Typ auf 210, den ich nicht mehr gesehen habe. So. Wo bist denn du? Ich bin hier vorne an dem Turm. Oh, 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 oh. Sniper hat einer. Arsch der Welt. Ich glaube das Sniper hat einer aus Südosten. Hat sich so angehört für mich. Osten, Südosten, irgendwo so die Richtung. Ich verkriech mich hier unter die Treppe und hoffe einfach mal, dass mich hier keiner noch trifft. 210? Wo? Ja, ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. Wo? Auf 210. Am Baum. Ah! Ich hab halbes Leben. Treppe? Ja. Noch ein Treppe. Ja, wir können nicht... Warte, ich komm mal, ich komm mal. Schieß, 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 schieß. Ich schieß, 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 schieß. Alter durch, Brot. Bist du unter der Treppe? Die Mugen runter. Da sehen die mich doch alle, alle. Ja. Die haben mich ja nicht beschossen von hier aus. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Ja, ja, mach ich. Keine Sorge. Ja, mit nem Zweier auf die Entfernung kannst du halt knicken. Generell ist die Entfernung sehr hoch. So, wie sieht denn die Zone aus? Wir müssen wieder moven. Ja. Mach ich mal schön voll, Sascha. Ja, mach ich mal, ich hab nen Painkiller geschluckt. Was ist das denn für ne Zone? Ja. Das ist ja furchtbar. Und wir müssen moven, Jungs. Das ist ja furchtbar. Wir müssen moven. Wer hat sich das denn ausgedacht? Komm schon, moven. Oh, die Dudes werden beschossen. Geht da weg, geht da weg, Mann, Mann! Was denn? Voll vor meinem Visier, Alter. Weiß ich nicht, dass du da rumsniperst. Rumsnipers. Nein, stimmt, mit der VSS war das nicht abzuwarten. Der kommt, bewegt euch, bewegt euch. Ihr könnt jetzt nicht stehen bleiben. Mit deiner Nichtsniper. Möchte gern Sniper. Da hinten, da rennt auch, der ist außerhalb der Zone. Ja. Ich move unten am Fluss. Hier auf der Seite. Ist relativ safe. Okay, bin safe. Kommt mal runter zum Fluss mit. Ich würd sagen, bei der Brücke. Ja. Du kommst noch mal kurz nach. Hast du den Eintritt? Pass auf, nein, den hab ich nicht getötet. Den hab ich nicht getötet. Der ist da noch. Mal sehen, wo er kommt. Wen er überhaupt kommt. Ich weiß halt nicht, ob er durch die Zone gestoppt ist. Ich hab nicht auf den Chat geguckt. Also auf den Feed. Wir müssen eh auf die andere Flussseite. Kommt mal gleich rüber. Ja, 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 ja. Dann können wir besser... Schlauer. Komm. Ja. Oh, Schuss auf uns. Wo ist er? Ja, auf der anderen Seite. Tauch ab, tauch ab. Auf die Seite, wo wir jetzt hingehen? Ja, ja. Das ist alles richtig so. Jetzt nur noch beten, dass... Da kommt Auto, rechts. Komm mal dich. Treffer. Am Auto? Ausgenockt. Einer ist ausgenockt. Ja, ja. Um 75. Ich seh da keinen. Muss Koffer benutzen. Wo sind die denn, Frank? Na da, bei dem Haus. Geradezu. Wo das Auto steht. Ja, jetzt seh ich einen. Shit, 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 shit. Jetzt kassiert. Ja, ich bin ausgenockt. Ah, ich hab einen ausgenockt. Ich komm mal runter zu euch. Ja, ja. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Weiter, weiter runter. Geh weiter runter. Ich bin hier nicht safe. Wir sind hier nicht safe. Oh Mann, Junge. Ah, haben mich. Sie sind da, bei dem Häuschen, wo das Auto ist. Dahinter wahrscheinlich. Geh noch einen ausgenockt. Tot? Tot. Alter, der ist ja schön geflogen. Ja, dann lootet mich mal. Ich hab noch eine Sandtrasche. Pass auf, pass auf von hinten noch, Banani. Könnte was kommen. Habt ihr mal noch ein Auge drauf? Ist noch acht alive in so einer Minis. Okay, wir bleiben hier. Ich bleib schon unten. Oh. Oh. Oh, noch am Auto, ja. Okay, vier Kills, okay. Ich hab zwei ausgenockt. Ich hab zwei ausgenockt. Gut. Lass sie verrecken. Ich guck Booster. Oben am, oben am, oben am, am Turm ist noch einer. Auf, äh, 30 ist einer. 30 oben, am Berg. Hast du noch genug Metz? Ja, ja, ich, ich kann mich, ich kann mich heilen. Zwei ausgenockt. Noch ein Energy Drink rein. Das heißt, das ist nur noch der Banani. Ist das nur noch der? Wieso? Ja, weil die zwei ausgenockt sind. Ja, stimmt dann. Alles, was geht. Oh ja, da oben sah ich. Oh, ich weiß nicht, wie ich noch lebe. Komm schon, ich hab ihn paar Mal gehittet. Ja, ja, ich hab ihn tot. Er ist tot. Okay, der Scheiße, dann lebt noch ein anderer. Pass auf, ruhig. Dann gehörte der da nicht dazu. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn auf, auf 30. 30? Ja, der hat sich, glaub ich, hingelegt. Der hat sich, glaub ich, hingelegt. Der hat auf 30. Ja, da oben ist er. Da oben ist er. Ja, jetzt kriegst du ihn. Pantoffel-Aim. Da, jetzt, jetzt, weiter oben. Oh, da. Wie viel hält der denn aus? Das frag ich mich auch gerade. Er ist tot, er ist tot. Drei übrig. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Aber ich hab doch hier noch einen ausgenockt. Komm, einer noch, Banani. Es geht schon. Sonntag ist es für uns. Ja. Schönen Nachladen, Jungs. Ja, ja. Ich hab nur noch einen 30 Schuss. Das ist ne Kiste. Alles gut, alles gut. Chill, 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 chill. Oh, scheiß, ich muss laufen. Vielleicht hinter dem Stein. Ansonsten loot mich. Thomas, ich hab noch. Ja, 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 nee, ich kann ihn jetzt nicht loot. Unter dem Stein ist, muss er jetzt rauskommen. Oh, ich hab Steps? Wo? Das bin ich, vielleicht hinter dir. Das ist, das ist Thomas. Wo bist du, mein Junge? Wo bist du? Also, ich bin hinter dem Baum. Oh, hinter mir. Wo hinter dir? Ist der oben? Ah, da. Hab ihn. Nice. Drittes Hühnchen heute. Was ist los? Sechs Kills, Junge. Sechs Kills. Sechs und vier. Frank hat, wie viel? Ich hab keinen Hals. Keinen, egal. Zehn Kills, Bruder. Dritter Win des Tages. Easy. Tja, easy win, sagt der Banani. Das war also mein drittes Video hier zu Player Unknowns Battlegrounds. Diesmal als Squad verpackt. Ich dachte mir, ich bring auch hier mal ein bisschen Abwechslung mit rein. Und diesmal habe ich ausnahmsweise nicht wirklich viel gecuttet. Also diesmal sind wir mit 22 Minuten. Gut, ich hab acht Minuten rausgecuttet, das geht ja noch. Aber diesmal habe ich sehr wenig gecuttet. Warum? Ich wollte diesmal wissen, wie es euch so fast komplett ungecuttet gefällt. Das liegt natürlich daran, dass wir eine Squadrunde waren. Es würde mich interessieren, ob euch die Kommunikation so dazwischen wichtig ist. Oder ob ihr sagt, naja, auch im Squad ist eigentlich scheißegal. Kürzt das so viel wie möglich. Bleibt bei den Actionsequenzen. Aber letztendlich würde ich das eben ganz gerne von euch erfahren. Schreibt's mir in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ich fand es war eine geile Runde. Wir waren fast das komplette Spiel in der Wasserstadt. Dann gab es sehr gefährliche Gefechte. Und am Ende haben wir uns trotzdem ein schönes Hühnchen zum Abendbrot geholt. Ich fand es eine geile Runde, ich hoffe ihr auch. Und freue mich auch schon, das nächste Video wieder für euch von PlayerUnknown's Battlegrounds zu machen.